Mir fehlen ein bisschen die Worte, wie ich das einleiten soll. Wir nehmen den Titel bei e-fahrer.com. Rechts vor links auf Parkplätzen. Gericht ändert überraschend die Regel, heißt es hier. Und es geht speziell darum, dass ein Betroffener auf einem Parkplatz einen Unfall hatte, weil er gedacht hat, auf dem Parkplatz gilt rechts vor links. Das würde ich jetzt als normal denkender Mensch, der einen Führerschein hat und seit 20 Jahren Auto fährt, auch denken, dass man auf einem Parkplatz, wenn jetzt da abgesenkter Bordstein und so, gibt ja verschiedene Regeln dazu, aber passend ist, ich fahre, jetzt kommt jemand von rechts, dann halte ich an, lasse den durch oder aber wenn ich von rechts komme, weiß ich, ja, der links, der muss anhalten. Das ist aber nicht so. Der Bundesgerechtshof tatsächlich hat nämlich jetzt entschieden, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Denn es heißt hier, Auslöser für Diskussionen am BGH war ein Fall aus Lübeck. Dort waren zwei Autofahrer in einem Unfall auf einem Baumarktparkplatz verwickelt. Der Kläger kam von rechts und sah sich aufgrund von der Rechtsverrängungsregelung im Recht. Da die unteren Instanzen unterschiedliche Ansichten vertraten, landete der Fall schließlich vor dem BGH. Dieser veröffentlichte nun sein Urteil, das können wir nämlich auch hier sehen, könnt ihr euch in Ruhe nochmal genau angucken. Auch der Knaller, diese Bundesgerichtshofseite, Warum wird denn hier der gesamte weiße Bereich der Seite nicht benutzt? Nur diese kleine Partie. Internet ist für uns alle Neuland und Webseiten im Vollformat sind nix. Okay. Und dementsprechend heißt es nämlich hier, der BGH hat entschieden, rechts und links gilt nicht auf Parkplätzen. Wirklich ganz wichtiger Punkt. Verlasst euch nicht darauf. Die Richter begründeten die Entscheidung damit, dass es sich bei Parkplätzen nicht um eine herkömmliche Fahrbahn handelt, sondern vielmehr um eine Fläche zum Be- und Entladen von Fahrzeugen. Daher seien auf diesen Flächen keine strengen Verkehrsvorfahrtsregeln erforderlich. Vielmehr sollten sich die Autofahrer untereinander verständigen und vorsichtig fahren. Da auch Fußgänger die Parkfläche nutzen, ist eine umsichtige Fahrweise auf diesen Flächen ohnehin angebracht. Alles gut, da stimme ich ja vollkommen zu. Aber warum sagt man denn dann, ja nee, rechts und links gilt nicht, aber trotz dessen müsst ihr hier ordentlich fahren, Fußgänger beachten und so weiter. Das kann ich doch auch, wenn rechts und links gilt. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch mal wieder absoluter Nonsens, der hier entschieden wird. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Wenn auf einer Straße das Ganze gilt und auf einem Parkplatz nicht. Und wann ist ein Parkplatz ein Parkplatz? Diese Frage kommt ja dann direkt auf. Ist das jetzt eine Straße, wo eine Parkmöglichkeit besteht? Oder ist das schon ein Parkplatz? Leute, was in diesem Lande hier mittlerweile passiert, ist nicht mehr normal. Schreibt eure Meinung rein. Bis zum nächsten und ciao.